Hallo Nachbarn, hallo FC-Fans. Ich bin gut in Köln angekommen, dank euch. Ich stehe jetzt hier gerade im Weinladen von meinem Nachbarn Kai. Eigentlich ist hier das blühende Leben auf dem Marktplatz, aber gerade steht das Leben komplett still. Jeder von euch, von den FC-Fans vor allem, kennt den Weg. Das ist der Weg zum Stadion. Der Kai gibt hier immer Currywurst und Kölsch aus. Leider ist es derzeit so, dass der Laden nur noch zwei Wochen zu überleben hat. Deshalb unterstütze ich seine Hilfsaktion mit. Mehr lest ihr unter www.vinidiretti.de. Bleibt gesund, euer Toni.